Wie funktionieren die guten Vorsätze fürs neue Jahr denn nun wirklich? Es gibt nämlich die Neujahrslüge. Happy New Year und alles wird anders. Aber so funktionieren wir Menschen nicht. Das ist leider eine Tatsache. Es gehen uns alle möglichen Ideen durch den Kopf, was sich jetzt verändern soll. Erfolgreicher sein. Höher und schneller sein. Gesünder leben, was auch immer das sein mag. Mehr Me-Time oder mehr Qualitätszeit mit den Freunden. Oder ein Buch schreiben. Oder verschobene Dinge angehen. Yes, ein verbessertes Ich, ein besseres Selbst wird im nächsten Jahr von Dir ganz alleine produziert. Stopp! Und hier endet die Lüge ein für allemal. Denn so funktionieren Veränderungen nicht. Nicht alleine, nicht in Deinen Gedanken, nicht mit den Vorsätzen. So funktionieren wir Menschen nicht. Unser Gehirn findet diese Vorstellung wahnsinnig interessant. Und es spielt mit diesen Ideen wie ein Kind mit glitzernden Bällen. Aber wie jedes Spiel wird auch dieses Spiel irgendwann uninteressant und die Bälle landen wieder in der Kiste. Und das spätestens, wenn das Ganze in Arbeit ausartet. So warten die glitzenden Vorsätze in Ihrer Kiste bis zum nächsten Jahr. Dann werden sie wieder abgestaubt, neu angemalt und es wird wieder kurze Zeit damit gespielt. Und das jedes Jahr wieder. Lässt sich das ändern? Ja, das lässt sich ändern. Und die Regeln dafür, die sind ganz einfach. Veränderung braucht Impulse von außen und von innen. Deine Ziele müssen ganz klar sein, erreichbar und verlockend für Dich. Finde heraus, was Dich hindert und verändere das. Dein Unterbewusstsein muss unbedingt mit ins Boot. Denn Dein Wille, der reicht nur für eine kurze Zeit. Du musst eindeutig bereit sein, mit Dir selbst zu arbeiten. Lerne Dich kennen und wertschätzen. Hol Dir Hilfe von einem Profi, der Dir bei der Veränderung hilft. Sei bereit zu lernen, zu erkennen und zu stolpern. Denn das gehört mit dazu. Und gib Dir Zeit, Dich zu verändern. Denn Veränderung ist keine Tütensuppe, sondern Veränderung ist ein sehr spannendes, wohlschmeckendes 5-Sterne-Menü. Und diese 5 Sterne, die solltest Du Dir wert sein. Frohes neues Jahr!